meine damen und herren herzlich willkommen zu einem neuen youtube video hier auf meinem kanal und ich wollte euch einfach mal abholen was uns die nächste zeit erwartet ich habe letztes mal ein video gemacht das war glaube ich kurz vor fantasy release das spiel haben auch schon wieder eingestampft aufgrund des pacings ein top spiel top qualität aber es ist dazu viel wie sagen wie soll ich sagen ich sag nicht gacha lastig sondern ja keine ahnung dass man als free to play spieler ist oder keinen kein land gesehen die charaktere kamen quasi gefühlt jede woche die patches kamen rein wie am schnürchen es muss alles glattgezogen werden wie aus china und du hast überhaupt keine zeit irgendwas zu arbeiten in den letzten wochen ist einiges passiert auch in meinem leben das heißt ich bin umgezogen wie ihr vielleicht jetzt am hintergrund erkennen könnt wir sind in einem neuen gaming room mehr oder weniger und die nächsten monate werden wahrscheinlich mit einem nachwuchs meinerseits dazu kommen das heißt ich werde wahrscheinlich weniger streamen das heißt die morgen streams werden weniger oder auch ausgesetzt das kommt ganz darauf an wie die nächsten wochen verlaufen werden was sehr positiv für mich ist aber der youtube content wird auf jeden fall weiter kommen weiter kommt auf jeden fall nike das werde ich weiterspielen da bin ich gerade dabei das auf stand zu bringen wir werden hongai starry weiter weiter spielen einfach darauf stand bleiben das kann man auch beide spiele sehr gut nebenbei spielen abends auf der couch auf der toilette wo auch immer als handy game eben und ich bin nicht gezwungen dass am pc zu spielen das ist der riesen vorteil wenn ich das sehe und bei den spielen wenn wir auf jeden fall auch dranbleiben was ein bisschen eingeschlafen ist ist ganz schön impact ich weiß viele der follower hier wollen menschen impact haben bekommen sie auch nur ich werde mich da auf events fokussieren also events patch etc die werde ich spielen ich versuche es auch hochzuladen tagesaktuell sofern mir das irgendwie möglich ist und wir haben den 22.05 ab dem sechsten sechsten kommt diablo 4 aus und da werden wir voll reinballern das heißt wir werden das story machen wir werden runs machen wir werden keine ahnung vielleicht auch irgendwie irgendwelche guides machen aber alles im let's play modus und ich hoffe ihr habt bock drauf ich hoffe ihr seid dabei und ich freue mich auf die nächste zeit privat wie auch auf youtube youtube wird auf jeden fall immer irgendwas kommen honkai starry nike diablo final fantasy 16 final fantasy 7 teil 2 kommt irgendwann raus da werden wir auf jeden fall weiter dranbleiben und genshin werden wir uns auf das wichtigste fokussieren auf die haupt story auf die events so wie es halt gewohnt seit den letzten monaten auch hier auf dem kanal bereits da wollte ich euch kurz abholen das war es von meiner seite danke fürs zuhören fürs mitmachen und wir sehen uns auf jeden fall in den nächsten videos tipps kritik und was euch einfällt gerne in die kommentare und dann werden wir es auf jeden fall umsetzen wenn ihr weniger von mir hört in den livestreams entschuldigt das bitte aber hier auf youtube versuche ich das pensum schon hoch zu halten das war es von mir habt einen schönen tag und ciao